Das Ende für Pokémon auf dem DS, neue Events im Pokémon Cafe Remax, Pokémon GO enthüllt neue Hiso-Formen, auch viele neue Events wurden angekündigt, das TCG bekommt eine Online-Galerie, neue Erweiterung verlorener Ursprung wurde endlich angekündigt bzw. bringt viele neue Kartendesigns, der beste Kampf im Anime endet und bereitet wohl den meist erwartetsten Kampf überhaupt vor, neues Pokémon wurde released und ein riesen Update im Pokémon Unite. Das alles in der heutigen News-Folge, vollgepackt bis oben hin, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Um keine Videos mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal, dies könnt ihr kostenlos tun, hier erfahrt ihr immer alles rund um Pokémon, zu den neuesten News, Tipps und Tricks oder auch Guides oder auch zu den neuesten Spielen Pokémon Karmesin und Pokémon Puppe. Viel Spaß mit den News der Woche. Wie bereits einige von euch mitbekommen haben, sollte ja der eShop vom Nintendo 3DS oder beziehungsweise auch des Wii U's eingestellt werden, die Funktionen und damit der Support dieser beiden Systeme eingestellt werden. Damit ist jetzt natürlich auch klar, dass wir dann zum Beispiel Pokémon leider auch nicht mehr kaufen können über den 3DS-Shop oder halt auch über die Wii U-Shop. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir können aber noch bis zum 29. August Geld auf dem Konto laden. Ab da wird es nicht mehr sein oder nicht mehr möglich sein, Guthaben auf dieses Konto zu transferieren oder aufzuladen. Das heißt, dann kann man nur noch danach bis zum 27. ungefähr alles reinhauen an Geld, was man noch hat, also alles aufkaufen, was geht eigentlich im Endeffekt. Ansonsten verfällt es einfach und man kann da leider nichts mehr kaufen. Wenn ihr also noch diese Juwelen wie Pokémon Rot, Blau und Gelb oder Gold, Silber, Kristall haben wollt für den 3DS, also als virtuelle Konsole, dann ladet sie euch noch schnell runter, ladet euch noch Guthaben auf, um diese Spiele noch nutzen zu können. Ab dem 29. August könnt ihr kein Guthaben mehr aufladen und somit könnt ihr dann diese Spiele nicht mehr bekommen für den 3DS, außer ihr habt noch die alten Kart-Module. Auch ein neues Event in Pokémon, Kaffee Remix wurde angekündigt. Es ist hier Aquana, was man jetzt mal wieder bekommen kann. Ich weiß, Kaffee Remix kriegt geführt jede Woche irgendwie immer ein Update und ich finde es auch ganz cool, zockt ihr das Game noch oder nicht, aber man muss es einfach mal erwähnen, weil es immer noch sehr, sehr relevant ist und einige wirklich ja noch zocken. Kommen wir nun zu Pokémon Go und da hat sich diese Woche einiges getan. Nicht nur, dass neue Hisoformen entdeckt worden sind, so wie für Kano und auch Sneebeln, nein, da gab es auch eine neue Ankündigung, beziehungsweise die erste Information zum Hyperbonus des Pokémon Go Fest. In Seattle wurden angekündigt mit Mosquito etc. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, zum großen Pokémon Go Fest und ich finde es ganz, ganz, ganz cool. Es gab ja schon einen riesen Pokémon Go Fest, sowieso schon in Berlin, da waren viele hin. Ich weiß nicht, wart ihr da, habt ihr es gefeiert, wie findet ihr das? Ich freue mich auf jeden Fall, besonders die neuen Hisoformen, dass es die jetzt den nächsten auch gibt, dass wir Vokano bekommen werden und halt auch, ja, Sneebeln ist schon echt cool, die beiden Monsten. Des Weiteren gibt es auch noch eine kleine Drohnenshow, die angekündigt wurde. Diese könnt ihr nachgucken auf YouTube, sie wird wahrscheinlich zur Verfügung gestellt werden im Moment, sieht es so aus. Im Moment können wir es noch nicht gucken, weil es erst in der Nacht möglich sein wird, diese Drohnenshow zu begucken. Es soll auch einen Livestream dazu geben auf den offiziellen Pokémon Go Channel. Schaut da gerne mal rein, ich packe euch mal den Link von Pokémon Go in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da mal reingucken, wenn ihr das morgen oder die Tage gerne mal sehen wollt. Wie schon gesagt, gibt es eine neue TCG-Erweiterung und das ist hier der verlorene Ursprung. Da kommen einige neue Karten dazu und ich muss sagen, es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Karten dieses Mal wieder mit dabei. Nicht nur, dass wir hier Hiso Zorak bekommen oder auch Gardevoir und auch Geratina mit von der Partie ist, nein, wir kriegen auch einige andere krasse Pokémon, die diesmal wieder mit dem Set vertreten sind. Sowas wie Rosarade und diese Karten gibt es ja schon im japanischen Bereich, in Lost Abyss oder auch bei anderen Sets und da wird es zum Beispiel möglich sein, wahrscheinlich wird auch sowas wie Kyurem reinkommen. Wir haben auch eine sehr, sehr schöne Karte aus dem japanischen, die werden wir vielleicht in diesem Set mitbekommen. Das gleiche geht natürlich dann aber auch zum Beispiel wie Giratina, was auch eine sehr, sehr, sehr schöne Karte ist und auch einige andere. Die neue Erweiterung wird uns ab September zur Verfügung gestellt, verlorener Ursprung 9. September. Habt ihr Bock drauf? Befasst insgesamt 190 Karten plus, natürlich ein bisschen mehr wird es wahrscheinlich werden, wie sonst auch. Ich denke, so um die 220 Karten wird es werden. Was meint ihr? Habt ihr Bock drauf? Findet ihr es cool oder feilt ihr diese Erweiterung nicht so? Des Weiteren wird demnächst auch eine Online-Galerie zur Verfügung gestellt für das TCG und da muss ich sagen, das finde ich einfach extrem nice. Ich bin ja ein riesen Fan von diesen ganzen Karten-Artworks und da wird es auch einige mehr geben. Diese soll ab dem 10. August bis zum 22. Oktober zur Verfügung gestellt werden und das Thema dieser Galerie muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Lebensraum der Pokémon. Das heißt, viele Karten-Artworks, die wir in dieser Galerie finden, die wir dann zum Beispiel auch größer uns ansehen können. Das heißt, wir können diese ganzen Karten-Artworks auch viel, viel größer sehen, besser im Detail, auf einem großen Screen, auf einem PC-Screen oder so und ich finde es sehr, sehr nice. Es sind die Lebensräume, der Pokémon soll das so ein bisschen inhalten, das heißt, viele coole Karten sind dabei, wo ein Pokémon in seinem Lebensraum, ich sag mal, vom Artwork so ein bisschen getroffen wurde. Finde ich sehr, sehr, sehr nice. Ich bin ja ein riesen Freund von den Artworks. Was hattet ihr davon? Findet ihr das langweilig? Findet ihr das nicht so cool? Schreibt mal die Meinung dazu in die Kommentare. Kommen wir nun mal zum Pokémon-Anime. Da ist super viel krasses Zeug passiert und ich muss es auch genau so mal ausdrücken, weil wir haben jetzt endlich den Kampf zwischen Troy und Ashband bekommen, was einfach verdammt krass geil war. Der Kampf war richtig, richtig gut. Wer ihn nicht gesehen hat, ich kann euch jetzt sagen, Leute, es war ein phänomenaler Kampf. Zum Schluss musste Pikachu nochmal alles reißen gegen Mega Metacross in seiner Shiny-Form. Es hat noch Viviel hier besiegt und es ist einfach, einfach krass gewesen, der Endfight. Ich finde es einfach nice. Ich freue mich richtig, dass jetzt, dass er es Troy besiegt hat, beziehungsweise geschafft hat. Pops auch an dieser Stelle, dass sie zum Beispiel auch gezeigt haben, dass Professor Eich mit der Mutter von Ash und auch die ganzen Pokémon, die Ash in den letzten Staffeln oder in den letzten Jahren alle gefangen hat im Anime, gucken alle zu und verfolgen halt genau diese Spektakel. Ich finde es extrem nice. Mega guter Fight, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall die Folge. Kann man sich gerne mal reingucken. Und die hat natürlich jetzt die nächste Folge angeteasert. Wir wissen jetzt, dass der nächste Gegner von Ash Cynthia sein wird und er nicht rausfliegt. Somit wird es jetzt noch einen noch epirischen und krasseren Kampf kriegen. Okay, er wird wahrscheinlich Cynthia auch noch besiegen müssen, damit er nachher gegen Deleon fighten wird. Aber es wird auf jeden Fall krass, weil Cynthia ist ein richtig kleiner Fanliebling, sag ich mal so. Eine richtig krasse Trainerin, die richtig raushauen wird. Und ich sage es nur, Megaknackrad wird einiges bestimmt zerstören. Wird auf jeden Fall ein richtig krasser Fight. Freue mich drauf. Erfahrt ihr die nächsten Wochen, wie das ausgegangen ist. Pokémon Unite hat ein neues Update bekommen und dazu habe ich schon ein kleines Video gemacht, was alles neu ist. Ich möchte es nochmal kurz ansprechen und einmal im Kurzformat so ein bisschen raus haben. Wir haben einen riesen Update bekommen, einige Pokémon wurden angepasst. Viele neue Events sind im Game reingekommen. Wir haben ein neues System eingefügt bekommen. Wir haben einen neuen Modus mit reinbekommen und ein neues Pokémon wurde released. Und das war hier Gaziola. Wer das Video verpasst hat, kann gerne nochmal reinschauen. Ich packe euch das Video in die Beschreibung unten mit rein. Schaut da gerne vorbei, wo ich nochmal alles gebündelt aufgelistet habe, was da passiert ist. Und ansonsten war es schon wieder mit den News der Woche. Natürlich kann man jetzt auch noch erwähnen, dass zum Beispiel die News von dem Pokémon Toon nicht mit reingekommen sind. Da gab es diese Woche wieder eine neue Folge von Pokémon Toon. Ich habe da ja schon mal berichtet, dass wir auch schon mal die Folge gesehen hatten, wo es da um Zoroa ging. Um das Hisu-Zoroa. Dann gab es noch ein Online-Turnier zu Carpador. Das fing aber schon letztes oder beziehungsweise jetzt am Freitag an. Das ist jetzt leider schon wieder vorbei an dieser Stelle. Nicht geschafft hat es auch Pokémon Master mit den News der Woche, dass es da nicht reingekommen ist. Also Leute, es war ein bisschen viel diese Woche wieder. Ihr werdet nächste Woche ein bisschen mehr kriegen. Ich denke, wir werden vielleicht auch neue Informationen endlich zu Pokémon Karmelsin und Popo kriegen. Mal schauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao.